Einen richtig krassen Cut hatten wir hier. Ende des letzten Parts. Denn uns hat's wirklich hier auf die Fresse gehauen. Wir haben uns hier mit diesen zwei Robotern anlegen wollen und... Holy fuck! Wenn ich verpeilt bin, dann meistens so richtig. Zum Glück ist uns dann irgendwie noch eingefallen, dass wir uns ja hier oben auch reinhacken können. Aha, Effekt. Jo, und jetzt haben wir es hier auch geschafft. Geht uns ähnlich. Ich würde sagen, ab damit. Aber wieso jetzt Montreal? Wenn ihr die E-Mails so in den Verlauf der letzten Folgen im Kopf habt, dann könnt euch da was dämmern. Aber gebt euch jetzt auch hier direkt nochmal den Einspieler. Also die Szene. Wow. Einfach nur wow. Are you sure about this? I mean, it's not some tiny cable station you're infiltrating. Zao mentioned an Eliza and a phone call to Pykus. Put them together, it has to mean Eliza Kassan is in on this. You don't think that's a bit of a leap? The world's most famous news anchor working with a mercenary hit squad? Ja, krasse Wendung hier in der Geschichte. Also wir haben es hier durch die E-Mails schon teilweise erfahren. Also die Aussicht wieder richtig genial. Das ist Montreal in der Zukunft. Sieht schon gigantisch aus, oder? Also hier sehen wir noch ein bisschen grün, aber die ganze Stadt, das ist einfach riesig. Ja, und jetzt sind wir hier, wo der Sender Pykus seine Sachen ausstrahlt. Und hier soll auch Eliza Kassan sein. Und wir haben hier durch die E-Mails und durch das Infiltrieren von Taiyong Medical Hinweise darauf gefunden, dass Eliza hier ordentlich mit drin steckt. Aber was ist dran an der Sache? Uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als das hier rauszufinden. Ja, aber wir können uns hier vorne reinhacken. Ja, sag das doch! Aber wirklich krasse Sache. Also nicht nur, dass hier unsere Wissenschaftler, die ja eigentlich, äh, von denen wir dachten, dass sie getötet sind, und hier irgendwo entführt worden sind und auch da steckt Taiyong Medical mit drin. Oh! Wow! Ja, Terrorismus, der ist hier auch auf dem Vormarsch. Ich skipp das mal durch. Und was können wir hier noch machen? Aha! Was ist das? Armor Capacity Upgrade. Uh! Das wollen wir ja kurzzeitig hier mal droppen. Dann können wir das nämlich aufnehmen. Äh, ja, wenn wir es denn mit den Tasten irgendwann wieder haben. Hm? Scheiße! Und wir können es nicht benutzen? Oh Mann! Ah, das ist jetzt scheinbar im Moment alles für Waffen, die wir nicht bei uns haben. Das ist schade. Ich hätte damit jetzt echt gerne was gemacht. Und, hm? Wo kommen wir denn hier rein? Hier kommen wir ganz normal ins Gebäude. Okay, könnten uns auch einfach hier durchschlagen, ähm, warum wir das machen sollten, um hier Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Ich, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal ganz chillig hier den Hintereingang. Hier geht es auch ein bisschen um Pikes. Also ich klicke das auch nochmal durch. Ja, aber Eliza Kassan, die steht hier für dieses News-Netzwerk wie niemand anderes. Aber warum unbedingt Eliza? Was hat die hier mit der ganzen Sache zu tun? Vielleicht habt ihr ja einen eigenen Plan, was das mit einem News-Netzwerk oder mit einer News-Station zu tun haben könnte. Oh. Und hier ist es ganz schön leer. Human AI. Can a machine lie? Das ist eigentlich eine gute Frage. Mit der haben sich schon einige, einige Filme und Bücher auseinandergesetzt. Können Maschinen lügen? Hm, und hier ist Kaffee verschüttet worden. Welches Ferkel war das denn? Aber seltsam, nicht wahr? Coming in. Die Befehle kommen von ganz oben. Code Blue. Die Situation ist kritisch und jeder muss evakuiert werden. Keine Details. Einfach gehen. Building unter Lockdown. Oh oh. Hier auch wieder. Wir haben nicht viel Zeit. Raus. Keiner weiß warum, aber die evakuieren das Gebäude. Und Teggert scheint hier demnächst in Detroit zu sprechen. Der hat uns ja gerade noch gefehlt. Der hat uns ja gerade noch gefehlt. Ja, war schon seltsam, nicht wahr? Hier scheint kein Schwein mehr zu sein. Die ganze Station ist hier evakuiert worden. Aber warum? Ja, ihr könnt es euch eigentlich denken. Ich vermute ganz stark, dass die hier genau wissen, dass wir hier ihnen einen Besuch abstatten wollen. Sieht jedenfalls aus, als hätten die hier wirklich ganz, ganz fluchtartig das Gebäude verlassen. Wurden sie gewarnt? Und ja, durch wen? Was, Sau? Ihr habt ja mitbekommen, die hatte ja einen Panic Room und deswegen konnte sie hier überhaupt uns vorzeitig aus den Klauen enttäuschen. Ja, als hätte es hier noch einen Captain Obvious gebraucht, lieber Pritchard, aber wo er recht hat, hat er recht. Niemand beantwortet hier die Telefonanrufe, weil natürlich auch niemand da ist. Also das ist offensichtlich, die scheinen hier gewarnt worden zu sein. Was finden wir denn hier noch Schönes? Ja, und hier läuten die Telefone heiser. Da glühen die Leitungen. Aber es ist kein Schwein da. Wo zum Teufel sind die alle hinverschwunden? Ich gucke mich jetzt auch hier überall, um einfach, dass wir hier nichts verpassen, was vielleicht noch wichtig wäre. Oh, das ist jetzt natürlich super französisch. Mini-Meetings, 30 Minuten. Keine Ahnung, worum es hier sonst noch geht. Okay, hier geht es darum, wie man Nachrichten am besten schreibt. Kleiner Tipp am Rande. Und hier wird Serif mit Nero verglichen. Ja, die haben sich hier ein bisschen über Serif ausgelassen. Wir haben das ja auch mitbekommen, dass es hier zwar den Angriff auf Serif Industries gab, aber dass viele auch versucht haben, Serif hier als Grund darzustellen, warum diese Angriffe überhaupt erfolgt sind. Dass der natürlich auch nicht so die lupenreine Weste hat, mhm. Das dürfte uns dann spätestens klar sein, nachdem Sau uns gesagt hat, wir sollen Serif fragen. Der weiß dann schon, wer dahinter steckt, aber... Ob sie das nur gesagt hat hier, um unser Vertrauen in Serif zu brechen? Link zu Belltower hat sich klickt das alles durch. Das ist ganz nett, um es zu wissen, aber trägt jetzt im Normalfall nicht viel zur Story bei. Hier können wir tatsächlich mal reinhacken. Und hallo, Katze. Ja, aber die Telefonleitungen, die glühen hier. Hier versuchen wirklich immer Leute anzurufen. Einer davon könnte tatsächlich Pritchard sein, aber... So, ich muss hier gerade mal Platz machen für die Katze. Oh Mann, aufnehmen mit Hindernissen. Ich sag's ja. Wenn einem langweilig ist, pack doch eine Katze auf den Schoß. Ja, hier geht's drum, dass jemand einen Artikel löschen sollte über eine Cyber-Olympic-Chic. Ja, super. Also über eine weibliche Sportlerin, die augmentiert war. Nicht so cool, Mann. Ja. Da muss man wirklich echt auffassen hier im journalistischen Bereich, was man schreibt und was man hier macht. Denn so ein bisschen aufmerksamkeitshäschend sind die manchmal. Aber das hat eigentlich alles so seine Grenzen. Also da ist ein Artikel, der Aufmerksamkeit erregt. Auch schnell mal ein Artikel, der... Ja, irgendjemanden vielleicht dazu bringt, sich angepisst zu fühlen. Oder der zumindest die Öffentlichkeit dazu bringt, zu denken, hey, was labern die hier eigentlich für eine Scheiße. So, funktioniert doch dieses Mal wunderbar. Also manchmal... Access Grant. Ich verstehe das mit dem Hacken nicht. Manchmal läuft's. Und manchmal haben wir einfach ein immenses Problem. Aber gut, soll mir recht sein. So, wo wollen wir denn hin? Und hier liegt auch alles rum. Also... Ne, man kann sich vorstellen, wie die hier aus dem Gebäude rausgerannt sind. Wahrscheinlich ist denen auch mächtig die Klammer gegangen. Denn da wird keiner gesagt haben, worum's hier eigentlich ging. Oder warum die hier zu gehen haben. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Looks like everyone left in a hurry, Pritchard. The place is deserted. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Cassand quickly and get out of there. Wow. Das ist alles nicht wirklich gut. Keine schöne News. Und das, wo wir doch hier in der News Corporation sind. Hätte man eigentlich was anderes erwartet, aber gut. Oh, oh. Ah, komm schon. Yes. Security-Protokolle. Alternative Routen- und Evakuierungsmaßnahmen. Mitarbeiter-Tag. Ja, super. Das ist schön für euch, dass ihr sowas habt, aber... Ihr hättet uns auch mal sagen können, dass ihr hier einfach gegangen seid. Ah, und wir kommen hier wieder nicht hoch, Mann. Doch, kommen wir. Warum nicht gleich so? Und kommen dann hier raus. Und kommen wo noch raus? Ich weiß. I see, I see. Okay. Das sollten wir uns auch mal im Hinterkopf verhalten, hier die Strecke. Die könnte uns noch von Nutzen sein. Jetzt kommen wir aber auf alle Fälle hier im Zimmer raus. Boah, und alter Schwede, haben wir viel Geld hier. Cafeteria-Massaker. Panchea. Der wird aber auch nicht wirklich viel drüber erzählt, was das jetzt ist. Aber wir sollten uns den Weg hier auf jeden Fall merken. Und da sollten wir rein. Ich gucke mich aber auch hier nochmal um. Und diese Katze auf meinem Schoß, die ist ganz schön am Rotieren, Katze. Du kannst gleich einen Gastauftritt hier im Spiel haben, wenn du das möchtest. Aber es ist krass, dass man sich auch hier so selten reinhacken muss. Also, die legen einem das alles hier zu Füßen. Die ganzen Informationen. Hier Panchea und die Risiken. Scheint eine richtig, richtig große Sache zu sein. Panchea hier auch als Beispiel dafür. Wie krass hier die, äh, die Kraft der Augmentierung, also dieser ganzen Technologie hier, äh, die Balance irgendwie in der Weltordnung stören kann. Also, auch das sollten wir uns irgendwie mal, oh Mann. Und die haben hier Becher und Kaffee, aber ich komme nicht dran. Also, wenn mich mal jemand foltern will, das ist echt die beste Methode dafür. Was haben wir denn hier noch? Ah, okay, hier sind wir wieder unten. Hier können wir rein. Und das ist derselbe Raum, okay. Dann sollten wir hier nochmal rein. Ja, und wir haben natürlich echt überhaupt keinen Slot mehr frei. Das ist schon krass. Oh, super. Und hier geht's typisch Frau einfach mal um... Was soll ich denn anziehen? Da geht's um einen Blazer von Eliza, den sie hier tragen soll bei einem Auftritt. Und, ähm, die gute Schneiderin fragt hier nach den Maßen, denn, äh, sie hat Eliza noch nie als Person persönlich gesehen. Ähm, ja, Adam, und ich weiß, dir juckt's schon wieder in den Fingern. Der will hier rein, und ich würd sagen, das machen wir jetzt auch direkt. Was erwartet uns hier? Werden wir jetzt hier Eliza finden? Lässt sich ja eigentlich nicht vermuten, wenn diese ganze Bude hier leergeräumt ist. Also, was finden wir vor? Hallo, Adam. Zhao will dir sagen, ich war gekommen, Frau Gesang. Bitte, nenne mich Eliza. Zhao Yun-Ru did not tell me. She does not know you have discovered this connection. So how did you find out? I have been watching you for some time. Ever since receiving orders to temporarily disrupt satellites over the Detroit metropolitan area six months ago. The night Megan's team was taken, you jammed their GPL so everyone would think they were dead. Yes. Although I only came to that conclusion later. I find my realization... disturbing. I wish we could discuss this further, but it seems I have alerted them to your presence. If you leave now, you may be able to escape. Oh, I'm leaving. But you're coming with me. I'm sorry, Adam. I truly am. Jensen, get out of there now! Tell me you saw that, Pritchard. Later! Right now I'm detecting multiple radio signals converging on your location. It's a trap! We knew that. And I'm not leaving without Eliza Kazan. So find her while I look for a way to get downstairs. Na, klasse. Und als hätten wir uns das hier nicht denken können. Das ist eine gottverdammte Falle. Jo, aber ich würde sagen, wie wird der entkommen? Und, ähm, was vielleicht hier auch Sarah von der ganzen Geschichte weiß, das finden wir beim nächsten Mal gemeinsam raus. Bis dann! Bis dann!